Hallöle meine lieben Puderblümsches. Also ich muss mir erst mal entschuldigen hier. Die letzten zwei Tage ist kein Video gekommen. Ich habe das zeitlich nicht geschafft. Es tut mir wirklich sehr leid. Gestern Abend wollte ich mich erst noch quälen, ein Video zu machen, weil es war schon so spät und ich war so ausgelaucht und dann habe ich es gelassen. Ich habe gedacht, Mensch, das werden sie mir doch nie übel nehmen. Ich gebe ja sonst echt immer mein Bestes, dass ich euch hier jeden Tag ein Video geben kann. Aber es ist einfach nicht 365 Tage im Jahr möglich. Aber ich denke, der größte Teil wird dafür auch Verständnis haben. Wir gucken heute auf die Liebe. Und zwar bist du in folgender Situation, dass du dich in einen Menschen verliebt hast und bist dir da irgendwie nicht so ganz sicher, geht das voran oder nicht? Was ist denn da so los? Werden wir beide da irgendwann mal fest, als festes Verbündnis nebeneinander stehen? Oder sieht es eher nicht danach aus? Und wir wollen heute nach seinen nächsten Schritten gucken. Der Klassiker. Seine nächsten Schritte, Leute. Also das ist doch immer wieder mal... Da kann man immer auch mal wieder reingucken. Das ist das Gute da dran. Und jetzt werfen wir einen Blick hinter die Kulissen seiner... seiner... seines Vorhangs. Ne? Seiner... seines Schauspiels. Wir wollen mal gucken, wo steht es denn bei ihm? Wir hoffen mal nicht, dass das ein Schauspiel ist. Und das ist eine allgemeine Legung. Also so ans Kollektiv. Und jeder muss so schauen, was er da für sich mit anfangen kann, ne? Und wenn du eine persönliche Legung möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden. Über meine Homepage oder über WhatsApp. Kannst du dich auch über Telegram melden. Fällt mir gerade so ein. Da bin ich auch vertreten. Also irgendwie eine Möglichkeit suchen, mich anzuschreiben. Ich sag gleich, über meine Homepage dauert das immer länger. Da kann das auch mal ein, zwei Wochen dauern, bis eine Antwort kommt. Das sag ich sofort. Es ist immer so. Also es geht immer schneller über WhatsApp. Obwohl ihr da auch mal ein, zwei Tage... Kann das auch mal sein, dass man da warten muss, wenn es zu viel ist, ne? Weil ich hab ja keine Sekretärin. Ich muss alle fragen. Und ich bin auch jetzt nicht jemand, der sich so gut kurz fassen kann, ne? Wie ihr euch ja, wie ihr sicher schon festgestellt habt. Und darum kann das auch manchmal dauern. Dann nehmt mir das nicht übel. Dann hat das nichts mit Desinteresse zu tun. Sondern einfach nur mit dem Zeitmanagement. Und wenn das dann zu lange dauert und schon ein paar Tage vergangen sind, ich mich immer noch nicht zurückgemeldet hab, dann schreibt mir ruhig nochmal. Das ist nichts Persönliches. Leute, ich kann euch das nur immer wieder sagen. Dieser Kanal heißt nicht einfach so Schuseline Sorak. Ehrlich jetzt, ne? Der Name ist Programm. Aber erstaunlicherweise, was das Kartenlegen angeht, ne? Da hab ich meine gerade Linie. Da bin ich nicht verschusselt. Aber da bin ich volle Konzentration. Aber so ansonsten steh ich zu meiner Schusseligkeit. Wie ihr sehen könnt. Ich muss euch mal was erzählen. Ich hatte letzte Nacht ne Mücke gestochen. Also ich hab gesagt, ey, das ist jetzt schon das zweite Mal. Ich hatte heute Morgen, ich hatte heute Morgen hier so ein Ei drauf. Auf meiner Hand. Also ich hab auch gedacht, was ist eine Zombie-Apokalypse-Mücke? Wie ich da ein Zombie-Mücken oder so. Oh, was für ein Ei. Also das war wirklich richtig krass. Und das ist dann im Laufe des Tages so weggegangen, ne? Ich hab das auch gar nicht gemerkt. Ich muss die Nacht so gekratzt haben. Das muss so gejuckt haben im Schlaf, ne? Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich sowas hab. Und die Mücken gehen immer auf die Hände. Ich hab das noch nie worden, dass es gehabt so, ne? Wenn das so extrem war. Extrem hab ich's immer an der Hand. Aber das zweite Mal hab ich das schon mit diesem Ei da drauf. So einen richtigen, ey, da weiß ich nicht was für, sag ich ja, was für apokalyptische Mücken. Naja, man weiß ja nie, ne? Auf jeden Fall ist das jetzt schon wieder ganz schön zurückgegangen. Außer vom Kratzen hier, ne? Heftig! Was für Mücken rumfliegen! So, jetzt machen wir aber das Orakel. Und ich hoffe, es ist euch die letzten zwei Tage gut gegangen. Ihr seid gut durch die Zeit gekommen. Jeder mit seinen Problemchen, die man so hat, ne? Im Alltag ist ja... Hat ja jeder, hat ja so... Trägt ja so sein Kreuz den Berg hoch, wie ich immer so schön sage, ne? So. Jetzt lassen wir die Karte sprengen. Wie sieht's aus in deiner Liebesgeschichte? Aus seiner Sicht, seine Schritte. Och, nee. Dann gucken wir mal. Wollen wir mal nicht hoffen, dass wirklich eine andere Frau jetzt da eine Rolle spielt. Ich wünsche dir nicht. Es kann aber auch noch ganz anderes bedeuten. So. Und dann wollen wir mal gucken auf seine nächsten Schritte. Jetzt erstmal so, was die Gegenwart angeht. Und dann gucken wir mal ein bisschen in die nähere Zukunft. So. Und dann wollen wir nochmal auf seine Gefühlswelt schauen. Ah, da muss ich ein bisschen höher gehen. Ja. Ja. Das geht. Das geht. So. Jetzt gucken wir mal, meine Gute. Ach, da haben wir's. Ei, ei, ei. Ei. Da ist, ein Termin steht an bei ihm. Das hat was mit Finanzen zu tun. Das ist die Sache mit dieser Verstrickung hier. Bei ihm steht irgendwie, oh, da steht aber auch nicht nur ein Termin, sondern auch ein bisschen ganz schön Aufregung. Da geht's auch um materielle Dinge und so weiter, ne. Und das hat auch in gewisser Weise mit eurer Liebe zu tun, denn sonst würde es hier bei dieser Frage liegen, ne. Also er scheint da in einer Verstrickung zu sein. Also das muss jetzt nicht sein, dass er eine Ehefrau hat und da, das kann auch noch eine alte Sache sein. Das, das könnte beruflich sein und das könnte aber genauso gut auch eine Ex-Frau sein. Weil, guck mal, das Schöne ist, er behält, ne, er war ihr ruhig, das Schöne ist gemeint, ne. Das Schlechte natürlich ist, er behält das alle so schön für sich und erzählt nicht so wirklich. Guck mal, er ist hier so ein Geheimnisträger. Zumindest, ähm, ähm, macht er den Anschein. Und das, der Grund dafür ist einfach, dass er in sich, hier, also die beiden Karten so zusammen auf seiner Gefühlswelt, ist in sich total, ähm, 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 wie sagt man, ich finde das Wort nicht, Mensch, sprunghaft, äh, wechselhaft, ähm, ähm, wirbelt, äh, unbewusst, also nicht extra, äh, immer wieder Staub auf, damit meine ich, er löst bei dir Verlustgefühl, er löst bei dir gewisse Zweifel, Ängste, irgendwas davon jedenfalls. Und das ist nicht gut. Und ja, der Grund dafür ist eben, dass er in sich, in sich als Mensch gar nicht in, ne, von innen her, gar nicht klar ist. Und er möchte im Außen, umso mehr ist ihm dran gelegen, im Außen ein anderes Bild darzustellen. Ähm, ne, eigentlich so, aber im Grunde genommen ist er total, weiß er gar nicht so richtig, wo er steht. Und das ist, äh, die eigentliche Wahrheit. So, jetzt gucken wir mal, ups. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, er ist vom Typ her jetzt aber auch wirklich einer, ähm, dem gewisse materielle Sicherheiten und so weiter materiell, also, dass, dass er hier in seinem bodenständigen Leben oder auch nach außen hin, dass da alles, ähm, äh, dass er da über den Dingen steht und dass da, dass nach außen ein gutes Bild abgibt, seiner Meinung nach, ne? Ne, das, was ihm beigebracht wurde, was ein gutes Bild ist. Und seine, seine Sicherheiten, natürlich seine Schäfchen, also er möchte da nicht in eine Kategorie runterrutschen oder so. Und da tut er sich sehr schwer mit. Also, dieses materiell Eingestellte ist halt ein sehr großes Problem, weil er sich dadurch auch nicht so wirklich mit seinem Innenleben auseinandersetzen möchte, ne? Mit seinem, das halten wir schön verschlossen so, ähm, obwohl da ganz vieles ist, wo er selber auch mal dran sollte, ne? An Mäusken hier, die, an Baustellen, will ich mal so sagen. Jetzt hat er sich, guck mal, was er jetzt aktuell zeigt, ähm, er hat sich so ein bisschen, zumindest hast du das Gefühl oder macht es dir den Anschein, dass er sich, ähm, so ein bisschen in sich zurückgezogen hat. Also er in dem Turm wirklich so klassisch, ähm, wenn man das aufs, äh, auf euer, auf eure Beziehung jetzt überträgt, hat er sich einfach da oben so, äh, zurückgezogen in seinem Turm. Und du kommst einfach nicht da hoch oder nicht da dran, um zu erfahren, was denn der Grund ist für sein, äh, Verhalten oder, ne, Zweifel oder was er da auch immer in sich hat, ne? Also was seine Gefühlswelt im Moment angeht, ähm, da muss ich wirklich sagen, das hat er so wie auf Eis gelegt. Und der, er hat im Moment wirklich da den Fokus auf, äh, ein anderes Thema und ich sage dir, da steht noch ein Termin an, der so ein bisschen Wirbel auf, äh, für Wirbel sorgt, für, für, ähm, Unruhe sorgt, ne? Das hat, äh, ich sage, das sind, da geht es um finanzielle Sachen, vielleicht da auch um schriftliche Sachen und da werden, wird halt was entschieden, auch auf dem schriftlichen Wege übrigens. Und da, das hat, da hat er so, äh, das beschäftigt ihn unheimlich. Und das muss in irgendeiner Weise, ja, mit euch beiden zu tun haben. Also es überträgt sich auf, eure Liebe, die, äh, ne, stellt sich dadurch so dar, dass er nicht spricht, dass er, ähm, sehr wechselhaft ist, dass man nicht weiß, wo man dran ist, so richtig. Sich jetzt größtenteils, ähm, in seinem Türmchen da verkriecht, große Sorgen hat, ups, große Sorgen hat, um, äh, seine, seine, sein materielles, materielles, finanzielles, äh, Feld, will ich das mal sagen. Guck mal, da ist eine Verstrickung hier, ne? Und da ist, das ist das, das steht sich gegenüber. Also auf der einen Seite, äh, eben dieses, was ich die ganze Zeit beschrieben hab, ne? Das, was ich mit gewissen Dingen auch, äh, nicht auseinandersetzen will. Aber die, auf der anderen Seite auch diesen Wunsch, ähm, so anzukommen, nicht nur in der materiellen Welt, sondern auch in der Seelenwelt. Also er spürt da schon was. Aber, ha, es ist verdammt schwer, ihn da so, ähm, ganz rauszuholen aus diesem, äh, Muster hier, ne? Das ist schon verdammt schwer. Aber, auf der anderen Seite ist da eben auch dieser Ruf, den er in sich spürt, seiner Seelen, dass er schon diesen, äh, inneren Wunsch auch hat, ähm, so, so aus dieser, für ihn jetzt erstmal auf den ersten Blick aus, aus, ausweglosen Situation in seine Zufriedenheit wieder zu kommen, ne? Weil das ist halt Null in sich. Also er steckt da ja, äh, in, in irgendwas, ein Muster, heißt ja immer, es ist immer was, wie immer ein gleiches Bild wiederholt, ne? Und, ja, das wird ja durch irgendwas ausgelöst auch bei ihm dann. Und das sind Ängste. Und da hat er scheinbar, und das bringt ihn immer wieder in so Schwankungen rein, ne? Ja, er ist, wie gesagt, auf der einen Seite ganz klar was, ganz, äh, also, dass man sagt, das steht da im Leben uns, aber auf der anderen Seite auch wieder gar nicht. Und das ist eben auf der Gefühlsebene und auf diese, was will ich in mir eigentlich wirklich? Oder wo soll's hingehen, ne? Da ist er total wackelig. Und, ja, ähm, ich sage dir, er ist da jetzt erstmal auf dem Weg so zu lernen, dass, ähm, es Sicherheit in der materiellen Welt gar nicht gibt. Dass ein, dass nur, wenn vorgegaukelt wird, es ist keine Sicherheit. Nichts ist sicher. Gar nichts. Es ist alles Open End, sozusagen. Also, es ist also nicht, nicht lohnt, darauf nur zu bauen und alle eine Karte, meine, oder alle Karten komplett nur darauf zu setzen. Sondern, dass es da vielleicht auch nicht, und jetzt ist ja, sein Herz kommt ja durch dich ins Spiel. Ich meine, es ruft ja irgendwie nach dir. Und jetzt kommt er in der, in dieser Welt in eine Situation, wo er doch das Gefühl hat, ja, ich muss, ich bin vor sehr vorsichtig, was ich sage. Ich will nicht zu viel rosa-rot, ich bin nicht so gern der rosa-rot-Maler. Ähm, also er ist auf jeden Fall so weit, dass er sieht, Moment, da ist auch noch was anderes, was vielleicht meine Aufmerksamkeit, ähm, bekommen sollte. Aber, das ist erstmal der Anfang von dem ganzen Lernprozess, der für ihn auch dahinter steht. Ne? Aber du hast deinen ganz eigenen für dich. Und, äh, du solltest da, ähm, bei dir dann schauen. Mehr. Ne? Guck mal, wo, wo, wo ziehe ich mir da meine Sachen raus? Das kann ich eigentlich bei jeder Legung sagen. Weil es bei jeder Legung zutrifft. Jede Legung so, wo es um zwei Menschen und Beziehungen, dies ist immer wichtig, ähm, bei sich zu bleiben. Alles andere, ähm, kann ich sagen, äh, macht auch keinen Sinn und bringt einen letztlich dann auch nicht weiter. Aber, um vieles verstehen zu können, ist das natürlich nicht verkehrt, wenn man da auch mal so drauf schaut. Aber okay, dann habe ich es verstanden und dann kann ich auch wieder zurück zu meinen Dingen gehen. Ne? Leute von heute? So, meine Lieben. Ähm, jetzt ziehen wir noch einen inneren Buddha. Wir ziehen noch einen inneren Buddha. Oder ich ziehe den für euch. Nicht wir. So. Oh, da kommt da geflattert. Tada! Es braucht Mut, sich Zeit zum Leben zu nehmen. Entschleunige dein Leben und konzentriere dich immer nur auf eine Aufgabe. Erkenne den Wert darin, achtsam bei einer Sache zu bleiben. Oh, das ist für mich auch. Also, da müsste die, das ist für mich auch, äh, Thema, wäre das achtsam bei einer Sache. Ich bin auch immer auf fünf, sechs, äh, Partys gleichzeitig. Und damit meine ich nicht die Party im eigentlichen Sinne, sondern, äh, äh, verschiedenen Sachen und Projekte und was weiß ich. Das ist mein großer, das ist mein großer, das ist meine große Aufgabe noch, mich da mehr zu strukturieren. Das Problem habe ich ja bei dem Kanal hier auch. Dann habe ich wieder meine kreative Rausch, sozusagen. Und dann habe ich das und dies und dann, und dann will ich alles gleichzeitig machen. Und dann stehe ich, das, das, das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Deswegen, die sollte ich mir eigentlich hier so auf den Stirn kleben oder so. Und man sollte wirklich mehr Achtsamkeit auf eine Sache legen. Ehrlich, Leute, ich spreche da aus Erfahrung. Glaubt es mir. Ich habe es immer noch nie gelernt. Und ich übe schon verdammt lange. Ich mache es noch nie so ganz richtig. Ja, ähm, okay. Also, das war es von mir heute, Leute. Und, ähm, ich habe euch lieb. Und schön, dass es euch gibt. Und danke für alles, für alle lieben Nachrichten und alles. Und, ähm, ja, einfach für alles. Für alle Nettigkeiten. Bis denn. Tschüss.